Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge H1Z1 mit mir, dem lieben Colt. Wir schauen mal, was wir heute so gebacken kriegen, dieser wunderschönen Welt von H1Z1. Ja, da wollte ich nicht hin, ich gucke mal, dass ich hier hinkriege, ja, hinkomme, so mache ich natürlich hinkomme, nicht hinkriege, ja, was ich hinkriege, guck mal, dass ich auch mal in den letzten Folgen gesehen habe, kriege ich nicht viel hin bei dem Spiel, weil ich einfach es nicht schaffe, jemanden zu kehren. Ich habe es schon lange nicht mehr hingekriegt, bei diesem Spiel jemanden zu kehren, wieso auch immer. Gucken wir einfach mal, was wir so schaffen. Erstmal noch Sterne, wie die fliegen. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Ich laufe einfach erstmal. Ich glaube zwar ähnlich, dass es erfolgreich wird, was ich hier gerade versuche. Aber, ich versuche mein Bestes. Joa, läuft wirklich schön. Läuft wie geschnittenen Boot hier. Ich will doch nur eine Waffe, Freunde. Ja, ich bin sehr nett. Okay. Das war's für heute. zum freundlichen verfahren wir schon mal das gibt es doch einfach nicht wieso kriege ich denn einfach kein gg verdammte ja gut dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten runde bis gleich und da sind wir schon wieder zurück und fliegen durch die gegend man gesehen hat ich schieße so was für nubig ich kann einfach in diesem spiel gerade keinen mehr kill es gibt es einfach gar nicht es ist echt zum verrückten gerade ja genau land doch auch noch genau da ich kann ich eh nicht gehen ja sehr geil Okay. 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 Schnee weg. Erstmal schnee weg. tunnel horroo ー По forense nyame den se en Jo, nichts anderes außer einem Baum und ich fahre ihn kaputt. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. es kann nicht wahr sein es kann nicht wahr sein ja gut das war's für diese folge wenn es euch gefallen hat letzten daumen da wenn ich dann nicht aber wie sagen viele supporters kein mord träumchen wenn träumchen also bis zum nächsten mal me